Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe, Florian Silbereisen und Beatrice Egli erwarten ihr erstes Kind. Die Fans der beiden Schlagerstars sind begeistert und die sozialen Medien sind voller Glückwünsche und liebevollen Nachrichten an das Paar. Doch hinter der freudigen Erwartung verbirgt sich eine unerwartete Wendung, die alles verändert. Es war an einem ruhigen Nachmittag in einem malerischen Caf am Ufer des Starnberger Sees, als die Gerüchte begannen. Florian und Beatrice, die sich seit einiger Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatten, wurden beim gemeinsamen Kaffeetrinken gesichtet. Was jedoch wirklich Aufsehen erregte, war nicht nur ihre entspannte Artikel sondern die Art und Weise, wie Florian Beatrice immer wieder liebevoll über den Bauch streichelte. Die Beobachter vor Ort berichteten sofort in den sozialen Medien über das, was sie gesehen hatten, und schnell verbreitete sich das Gerücht, dass Beatrice schwanger sei. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Fans und Medienvertreter spekulierten wild, und die Spannung stieg, als niemand aus dem Umfeld des Paares die Gerüchte bestätigte oder dementierte. Doch die Wahrheit kam schließlich ans Licht, als Florian und Beatrice sich entschlossen, ein offizielles Statement abzugeben. In einer emotionalen Videobotschaft, die sie auf ihren sozialen Kanälen teilten, bestätigten sie die freudige Nachricht, ja, es stimmt. Wir erwarten unser erstes Kind, sagte Florian mit einem breiten Lächeln, während Beatrice neben ihm strahlte. Wir könnten nicht glücklicher sein. Beatrice fügte hinzu, das ist ein ganz besonderer Moment in unserem Leben, und wir freuen uns, diese Reise mit euch allen zu teilen. Es war nicht leicht, diese Neuigkeit so lange geheim zu halten, aber jetzt können wir endlich unsere Freude mit der Welt teilen. Die Nachricht wurde mit überwältigender Begeisterung aufgenommen. Glückwünsche kamen von allen Seiten von Kollegen aus der Musikbranche, von Fans und sogar von prominenten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Es schien, als ob nichts das Glück des Paares trüben könnte. Doch während die Welt die Ankündigung feierte, geschah hinter den Kulissen etwas, das niemand erwartet hatte. Florian und Beatrice, die sich auf das Abenteuer der Elternschaft freuten, standen plötzlich vor einer unerwarteten Herausforderung. Einige Tage nach der Ankündigung begannen die ersten Zweifel zu keimen. Beatrice fühlte sich ungewöhnlich müde und begann, über starke Schmerzen zu klagen. Florian, der sich große Sorgen und seine Partnerin machte, bestand darauf, dass sie sofort einen Arzt aufsuchen. Die Diagnose, die sie erhielten, war ein Schock. Der Arzt erklärte ihnen, dass Beatrice an einer seltenen Schwangerschaftskomplikation litt, die nicht nur ihre Gesundheit, sondern auch die des Babys gefährdete. Es ist wichtig, dass wir jetzt alles tun, und sicherzustellen, dass sowohl Beatrice als auch das Baby gesund bleiben, sagte der Arzt mit ernster Miene. Florian und Beatrice waren am Boden zerstört. Das war der glücklichste Moment unseres Lebens, und plötzlich hat sich alles verändert, sagte Florian in einem exklusiven Interview, das er später gab. Wir haben uns so sehr auf unser Kind gefreut, und jetzt müssen wir uns auf das konzentrieren, was wirklich zählt Beatrice Gesundheit und das Wohl unseres Babys. Beatrice, die trotz der Diagnose positiv zu bleiben versuchte, fügte hinzu, ich habe Angst, aber ich weiß, dass Florian und ich das gemeinsam durchstehen werden. Wir müssen stark sein, für uns und für unser Baby. Die Fans, die von der Situation erfuhren, reagierten mit einer Welle der Unterstützung. Wir beten für euch, schrieb ein Firma auf Instagram. Bleibt stark, ihr seid nicht allein. Ein anderer kommentierte, ihr schafft das, Beatrice. Wir stehen hinter euch. Während die Wochen vergingen, zog sich das Paar noch weiter aus der Öffentlichkeit zurück, und sich voll und ganz auf Beatrice Gesundheit zu konzentrieren. Sie blieben in engem Kontakt mit den Ärzten und taten alles, was in ihrer Macht stand, und die bestmöglichen Bedingungen für die Geburt ihres Kindes zu schaffen. Doch die wahre Überraschung kam, als das Paar einige Wochen später erneut eine Videobotschaft veröffentlichte. Beatrice, die in einem Krankenhausbett lag, aber mit einem Lächeln auf dem Gesicht, hielt die Hand von Florian fest. Wir haben gekämpft, und es war nicht leicht, begann sie, aber ich bin glücklich, euch mitteilen zu können, dass unser Baby gesund ist. Florian fügte hinzu, es war eine schwierige Zeit, aber wir haben es geschafft. Unser kleiner Schatz ist endlich da, und wir könnten nicht glücklicher sein. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer, und die Freude und Erleichterung bei den Fans war überwältigend. Herzlichen Glückwunsch! Wir sind so glücklich für euch! Waren nur einige der vielen Nachrichten, die das Paar erreichten. Für Florian Silbereisen und Beatrice Egli war dieser Moment ein Triumph über die Widrigkeiten ein Beweis dafür, dass Liebe und Entschlossenheit alles überwinden können. Während sie nun in ihre neue Rolle als Eltern eintreten, wissen sie, dass sie jede Herausforderung gemeinsam meistern können. Ihre Fans können sich sicher sein, dass Florian und Beatrice, die diese unerwartete Wendung gemeinsam gemeistert haben, nun stärker als je zuvor sind. Ihre Liebe hat sich als tief und ehlhalber erwiesen, und ihre gemeinsame Zukunft als Familie sieht trotz aller Herausforderungen vielversprechend aus.